heute was geht ab leute mit ein paar nachrichten zu später stunde beziehungsweise für euch dann zu früher heute werde ich sicher nicht mehr umkladen aber direkt morgen früh und zwar hat mir gerade erst den ersten community day und schon wird der zweite angekündigt und ihr könnt ihr schon sehen das besondere pokémon ist dratini und wir wissen wie krass die pikachus gespawnt sind stellt euch mal vor wie es dann mit den dratinis abgehen wird genau wenn es genauso krass wie die pikachus sein wird alter gratis überall ihr wisst doch das wasser event bei den ersten paar stunden wo natec den fehler gemacht hat und gratis bons erhöht hatte wo ich draußen war direkt zum nächsten platini und auf morgen hier könnt ihr die maps sehen also überall nur platinis das mit den pikachus war noch besser das heißt wenn trattini genau so sein wird dann wird es so übertrieben und die frage ist dann noch ob trattini als shiny kommen wird so wie pikachu also aber pikachu gab es davor schon anscheinend aber allein die masse ist schon krass und das klasse ist dreifach sternstaub aber da steht catch stardust das heißt nur für gefangene pokémon sprich nicht für eier nicht verbrüten und nicht für das modul also das sternstück was okay ist also das nicht so wie ein doppel sternstaub event wo dann einfach alles verdoppelt wird führt dann und so und dann könnt ihr eure sternstücke schmeißen und dann brüten und einfach staub machen sondern echt nur für fangen ich nehme an wenn ihr das macht und dann das sternstück aktiviert dann kriegt ihr sechs fach staub für fangen so müsste es eigentlich funktionieren was auch ziemlich ordentlich ist dann wie immer das heißt wie immer wie das erste mal drei stunden log module in der zeit wo das event läuft 24. februar falls ich das noch nicht erwähnt habe von 11 uhr bis 2 uhr wieder genau wie beim letzten mal und ansonsten war es eigentlich kurze informationen zum nächsten community date schreibt unter den kommentaren was ihr davon haltet gratis das nächste pokémon dreifach sternstaub für das fangen von pokémon ich denke ist nicht so schlecht aber ich bin auf jeden fall bereit allgemein zum event freut ihr euch drauf unten in die kommentare das war's von mir immer liken subscribe kommentieren checkt den shop ab folgt mir auf instagram facebook twitter vergesst nicht pokémon ist hier ist business